Die einzigartige personalisierte Gebrauchsanleitung für mehr Motivation. Holen Sie sich eine gehörige Portion mehr Motivation in Ihr Leben mit Ihrer Geheimakte. Sind es nicht immer die Stolpersteine, die Ihnen und anderen Menschen im Weg liegen und über die wir erst einmal stolpern müssen, bevor wir die Erkenntnis erlangen? Es gibt auch einen anderen Weg zur Problemlösung. Und sagen die anderen Menschen nicht immer, das hätte ich dir auch vorher sagen können? Alle, die diese Stolpersteine zu bewältigen haben und dazu mehr Motivation brauchen, spreche ich mit Ihrem persönlichen Namen in Ihrer Geheimakte an. Dieses Buch erzählt Ihnen, wie Sie mit den richtigen Handlungsweisen Ihre Aufgaben und Probleme des Lebens viel besser bewältigen können und zugleich mehr Motivation aufbringen. Ihr persönliches Buch, Ihre Geheimakte, ein echtes Unikat. Auf dem Titelblatt und den bedruckten Seiten werden Sie immer mit Ihrem Namen angesprochen, so dass Sie das Gelesene anschließend viel besser verinnerlichen. Das schafft Motivation, um Ihren zukünftigen Herausforderungen druckvoller bewältigen zu können. Mit dieser Methode werden Sie Ihr Leben entscheidend verändern. Sie werden feststellen, dass es sich mit diesem System viel schöner leben lässt. Schnell werden Sie ein Leben voller Erfüllung, Harmonie, Seelenfrieden, Gesundheit, Geld, Sorgenfreiheit und Motivation führen. Dieses Buch ist auch ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk für Ihre lieben und netten Personen aus Ihrem Umkreis. Mit dem ganz persönlichen und personalisierten Buch, Ihre Geheimakte, kommt Ihnen das Glück, Harmonie und Motivation in Ihr Leben. Bezogen auf Ihren Vornamen finden Sie in Ihrer Akte eine richtige Gebrauchsanleitung für Erfüllung, Gesundheit und Wohlstand, weil Sie immer ganz persönlich angesprochen werden. Weitere kostenlose Informationen über Ihre Geheimakte finden Sie auf der Erfolgs-Online Ihr Wolfgang Rademacher und denken Sie daran, niemals aufgeben, bleiben Sie stark. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.